Moin, liebe Lüth! Ich heiße euch im Namen des Vereins Musik für Garding.TV herzlich willkommen zum heutigen Livemusikenabend mit der Oktopus-Gardenband. Applaus, Applaus! Ja, die Oktopus-Gardenband setzt sich zusammen einmal im Jahr und sie spielen drei Konzerte. Eins in Berlin, eins in München und eins hier in Garding. Jawohl! Applaus, Applaus! Der Name Oktopus-Gardenband setzt sich zusammen aus den Vornamen der Herren Sönke, Harald, Jochen, Gerd, Joe und Dieter und Wiebke und Volker. Die Künstler bekommen keine Festgage, sondern wir sammeln mit dem Hut nur drei Konzerte, da muss natürlich auch was bei rumkommen. 5.890 Euro sollen heute zusammenkommen. Ihr könnt euch ausrechnen, was jeder ungefähr geben muss und oder hoffen, dass noch viel, viel mehr los wird. Freut mich, dass heute so viel los ist. Freuen wir uns auf ein schönes Konzert mit der Oktopus-Gardenband. Applaus, Applaus! Applaus, Applaus! Got a $20 gig Got a $20 gig Got a $20 gig Und wenn wir 9, 6 oder so, wir bekommen 50 Dollar Geek! Untertitelung des ZDF für funk, 2017